Nun sind sie also vorbei, die Gedenktage zum Gedenken des Ende des Zweiten Weltkrieges, 70 Jahre nach Ende des letzten großen Weltkrieges. Und wir haben sie gesehen, die Bilder von den Großraketen auf Riesen-LKWs, Raketen, die wohl alle mit mehrfach atomaren Springköpfen, auszurüsten sind. Ich möchte das jetzt nicht in Richtung Moskau alleine kritisieren. Diese Bilder sind aus anderen Metropolen dieser Welt genauso denkbar und ebenso üblich. Aber es zeigt mir, dieser in Stahl ummantelte Massentod nach Megatoten zu rechnen, erscheint mir doch irgendwie wie ein Signum, das uns alle miteinander ganz gewaltig in die Nachdenklichkeit bringen sollte. Nämlich auch die Frage, ob wir nicht ganz fundamental irgendwo verrückt sind, dass wir wirklich verrückt sind, weil wir verrückt sind in einigen grundsätzlichen Wahrnehmungen oder einige Grundbezugsebenen des Lebendigen dieser Erde nicht erfasst haben. Und da kommt es mir manchmal so vor, also wenn man sich denken würde, es schaut ein Wesen vom Weltall aus auf die Erde. Dieses Wesen könnte vielleicht sagen, die haben vom Leben so viel Ahnung, als wenn sie überall dort, wo Holz ist, nur an den Ofen denken. Egal wie ihnen Holz entgegentritt, sie denken sofort an den Ofen. Und wenn sie ein Flügel sehen oder ein Cello, eine Geige, eine Watsche oder irgendein Instrument aus Holz, dann sehen sie nicht, dass das eigentlich für etwas anderes da ist, nämlich zum Musizieren, sondern sie sehen das nur in der Bremswertqualität des Holzes. Also alles wird heruntergedrückt, heruntergeschoben in der Wahrnehmung auf die reine Brennqualität. Und so etwas in der Richtung des Nicht-Erfassens, dass es eigentlich Instrumente sind, dass die Dinge für etwas ganz anderes da sind, Das sehe ich insbesondere in der Nutzung der atomaren Kräfte. Die Atomkräfte könnten uns und sollten uns auf etwas ganz anderes hinweisen, nämlich auf eine Instrumentenqualität, auf eine gewisse Resonanzbodenfähigkeit dieser Welt und dieser Erde. Und sie ist für etwas ganz anderes gut, als sie, sagen wir mal, in den Atomofen zu verfrachten. Und diese grundsätzliche Falschanschauung, die haben auch schon einige Physiker erfasst und stellen Fragen in die Richtung der Materie und der Materiefähigkeiten und dessen, was eigentlich Materie ist. Und da möchte ich zitieren, eine Aussage von Hans-Peter Dürr. Hans-Peter Dürr sagt, Zitat Hans-Peter Dürr Ich habe als Physiker 50 Jahre lang mein ganzes Forscherleben damit verbracht, zu fragen, was eigentlich hinter der Materie steckt. Das Endergebnis ist ganz einfach. Es gibt keine Materie. Ich habe somit 50 Jahre an etwas gearbeitet, was es gar nicht gibt. Das war eine erstaunliche Erfahrung, zu lernen, dass es das, von dessen Wirklichkeit alle überzeugt sind, am Ende gar nicht gibt. Immerhin hat es sich gelohnt, diesen langen Weg zu gehen. Was fühlt ein Naturwissenschaftler, wenn er plötzlich erkennt, dass es das, was er für die Grundlage der Naturwissenschaft hält, nämlich Materie, die wir alle greifen können, gar nicht gibt. Wir sind trotzdem nicht deprimiert. Denn das ermöglicht Einsichten, die für uns alle, für unser Weltbild und unsere Überzeugungen wichtig sind. Wir werden darum aber nicht an diesen allgemeinen Grundlagen hängen bleiben, so aufregend sie auch sein mögen, sondern auch die Frage stellen, was für uns daraus folgt. Welche Konsequenzen wir daraus für die jetzige Situation ziehen können, die so voller Krisen ist. Denn diese Krisen hängen alle damit zusammen, dass wir eine völlig falsche Vorstellung von der Welt haben. Zitat Ende Aber ich wiederhole, diese Krisen hängen alle damit zusammen, dass wir eine völlig falsche Vorstellung von der Welt haben. Das ist nicht wenig. Wenn wir in einer Welt leben, die ganz anders ist, als wir sie sehen, als sie uns erscheint, dann haben wir viel Anlass, ganz kräftig und möglichst sehr tief nachzudenken. Und wenn Menschen wie Hans-Peter Dürr nach 50 Jahren regster Forschungstätigkeit zu dem Schluss kommen, es gibt keine Materie, jedenfalls nicht so, wie wir sie zu uns zugesellt wahrnehmen, sondern wir nehmen etwas wahr, das so nicht ist. Und jetzt können wir natürlich fragen, und ich habe das auch schon einige Male versucht, mich da hineinzudenken, was denn Materie ist oder Materie sein kann, ganz vorsichtig. Wenn die größten Köpfe dieser Welt Schwierigkeiten damit haben, dass sie auch noch nicht wissen, was Materie ist, dann braucht man sich da nicht in schlechtester Gesellschaft fühlen, wenn man das auch nicht weiß. Aber man kann ja mal versuchen, sich hineinzudenken und zu schauen, was fällt mir denn dazu ein. Und nach meinem Empfinden gilt es zu fragen, ob wir einer Erkenntnis näher kommen, dass es im Weltenall und somit auch auf der Erde keinen Stoff, keine Materie gibt, die nicht letztendlich einer Willensoffenbarung gleichsam dahinter stehender geistiger Mächte und Kräfte ist. Materie ist meines Erachtens und folgend einigem Nachdenken und mancher Intuition in den letzten Jahren letztendlich etwas wie eine geistige Übereinkunft zur Stabilität. Man kann auch sagen, ein ausgespannter Geistwille findet seinen Weg in die physische Weltebene. Alle Dinge sind erst so, wie sie sind, in Verbindung mit einer dahinter stehenden Willenstätigkeit. Eine Tätigkeit, die auf der Präsenzebene der Materie durch eine hyperschnelle Folge von Fluktuationen und Ausstülpungen eines Geistigen in die Dinge in der Materiewelt in eine zeitliche Dauer versetzt werden. Letztendlich, die Welt ist demnach nie, sondern sie wird stets neu gefügt. Das sind vielleicht die Passierchens oder die Beziehungen, die auch von Hans-Peter Dürr benannt worden sind. Nach meinem eigenen Mitdenken sind wir in eine Welt involviert, in der Leben zu leben und Bewusstsein zu Bewusstsein strebt und in der eigentlich in unserem Zeitfenster etwas ganz anderes angesagt sein sollte, als das, was im Großen und Ganzen die Erde beherrscht, knechtet und an den Rand der Tragfähigkeit treibt. Und es war Werner Heisenberg, bei dem ja auch Hans-Peter Dürr mitgearbeitet hat. Es war Werner Heisenberg, der etwas erfahren hat, was er genannt hat, die Melodie der Atome. Ja, die Melodie der Atome. Interessant, nicht, dass so viele Atomforscher auch sehr gute Musiker waren. Die Melodie der Atome könnten wir nicht schon seit Jahrzehnten Atomenergiepotenziale in einer ganz anderen Richtung erfasst haben. Nämlich eher im Musikalischen, denn im Maschinellen und vom Militärischen mal ganz zu schweigen. Ziehen wir in unserer Nutzungsebene der atomaren Energien etwas in eine Sphäre hinunter, die wirklich das allerletzte Ende der Möglichkeiten sind. Können wir nicht wahrnehmen, dass Atomenergien auf der anderen Seite in ganz andere Lebenszusammenhänge, in ganz andere Schöpfungsprozesse hineinzubringen wäre, als dass wir sie über Uranverbrennung, sag ich mal, in den Atomofen verschieben und nicht einmal wach werden, wenn uns daraus nur der Tod entgegentritt. Und das vollkommen lebensfremd ist. So lebensfremd, dass wir uns nur in Schutzanzügen den letzten Auswirkungen dieser energetischen Umsetzung nähern können. Nämlich die Radioaktivität zerstört alle Lebensprozesse, löst vor allen Dingen den Menschen schier von innen auf. Und wir sagen, ja, ist alles Brennholz, alles in den Ofen und in den Reaktor und bauen unsere Riesenmaschinen und bringen das ganze Erdenleben damit in die Todeszone hinein. Und sehen nicht, dass auf der anderen Seite etwas ganz anderes verborgen liegt. Nämlich die Materie ist wandlungsfähig. Man kann auch Materie nach oben aufbauen. nicht nur nach unten zwängen, nicht nur im Reaktor Kernzertrümmerung betreiben. Kernzerfall, sondern durch des Menschen geistige Fähigkeiten. Da müsste man schier sich erinnern an die Sphären von Ora et Labora. In diesen Sphären, wo Arbeit anders eingegliedert ist. Wo Menschenarbeit in einen anderen geistigen Zusammenhang treten kann. Auch mit Schöpfermächten dieser Welt, Schöpferkräften dieser Welt in Beziehung treten kann. Dort ist anderes möglich, Neues möglich. Und diese neuen Möglichkeiten sind nach meinem Empfinden eben sehr stark oder praktisch elementar mit den Wesenskräften verbunden, die mit dem Christus in die Erdenwelt eingetreten sind. Und aus den dort gesetzten Befähigungen des Menschen und den neu gesetzten Potentialitäten der Materie. Das denke ich mir, das haben einige erfasst, die in den vergangenen Jahrhunderten von Ora et Labora gesprochen haben. Und in diesen Zeiten und Tagen kommt mir immer wieder auch etwas in den Sinn aus Goethes Faust. Wo es eine Kernszene gibt, wo der Faust davon spricht. Ich lese mal vor, zitiere mal. Wir lernen das überirdische Schätzen. Wir sehnen uns nach Offenbarung. Die nirgends würdiger und schöner brennt als in dem Neuen Testament. Mich drängt, den Grundtext aufzuschlagen, mit redlichem Gefühl einmal das heilige Original in mein geliebtes Deutsch zu übertragen. Geschrieben steht Im Anfang war das Wort Hier stock ich schon. Wer hilft mir weiter fort? Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen. Ich muss es anders übersetzen. Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin Geschrieben steht Im Anfang war der Sinn Bedenke wohl Die erste Zeile, dass deine Feder sich nicht übereile Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft? Es sollte stehen, im Anfang war die Kraft Doch auch Indem ich dieses niederschreibe Schon wärmt mich was, dass ich dabei nicht bleibe Wie hilft der Geist Auf einmal sehe ich Rat und schreib getrost Im Anfang war die Tat Das ist eine Schlüsselszene Aus Goethes Faust Und Da steckt So ziemlich alles drin Was man den Marsch der Wissenschaften Durch die Zeiten Der letzten Jahrhunderte Wenigstens Ansehen kann Und ich weiß nicht Was die Meisten Menschen Denken Was darin Beschrieben ist Wenn es Vom Wort Durch den Sinn Zur Kraft Geht Und man letztendlich Bei der Tat Landet Ob es etwas ist Das man Er als ein Aufstieg Sehen kann Wie viele Menschen Sehen das Wie viele Menschen Sagen Ja Da wird er doch vernünftig Der Faust Da kommt er Vom Wort Zum Sinn Dann zur Kraft Und dann zur Tat Das ist doch Der Marsch Der Gang Sagen wir mal Vom Mystischen Zum Vernünftigen Wer Sieht das heute Nicht so Ich weiß nicht Ob solche Themen Bei irgendwelchen Abiturarbeiten Und so weiter Behandelt werden Aber Wenn ja Wie viele Leute sagen Ja Ist doch genau Das worum es geht Und das ist der Aufstieg Und sehe nicht Dass während der Faust Da sagt der Pudel Der sich noch Entfalten Noch entpuppen wird Schon hinterm Ofen liegt Und knurrt Also Ist das Aufstieg Oder Sollte man Wenn man solche Wege geht Eine ganz besondere Wachheit an den Tag Legen Wenn man vom Wort Zur Tat Kommt Denn Wovon spricht Am Anfang Im Anfang War das Wort Interessant Es heißt nicht Am Anfang Im Anfang Im Anfang War das Wort Das Wort Wovon zeugt das Wort Worauf weist uns das Wort hin Das Wort ist verbunden Mit Wesen Mit Wesen Ein Wesen Das sich aussprechen kann Aussprechen Das sich äußern kann Und das Bewusstsein hat Dass es sich so über eine Aussprache übersetzen kann Und von einem Innenraum in den Außenraum treten kann Das ist das Wort Und das Wort ist ohne Wesen Dass ein Wort spricht Das sich so äußert Ohne Wesensäußerung nicht denkbar Damit ist gesagt Im Anfang lebt ein Wesen Dann hat so gesehen Die Welt keine Ursache Denn sie ist keine Sache Sondern die Welt gründet in einem Wesen Leben Leben Kosmisches Leben In allen Entfaltungsebenen Entspricht dann Einem Wesensausdruck Eine Übersetzung Von etwas Wesenhaftem In den Weltenraum So Und jetzt sagt der Faust dort Ich kann das Wort So hoch unmöglich schätzen Und wie viele Tausenden oder Millionen Menschen In diesem Erdenrund spricht der Faust damit Sagen wir mal aus dem Herzen Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen Kein Wesen Kein Urwesen Keine Urwesensbegründung Sondern Ursache Urknall Da knallt etwas aus einem jenseitigen Raum Den wir mit unseren physikalischen materiellen Erfassungsgaben Nicht erfassen Nicht ergründen können Es knallt dann Urknall Und hier steht Im Anfang war das Wort Und das verlassen wir Oder nein Das können wir so hoch unmöglich schätzen Ich muss es anders übersetzen Wenn ich vom Geisterecht erleuchtet bin Und der Geist tritt dann herein Und der Geist der ihn erleuchtet Wie gesagt Der liegt schon hinterm Ofen Und dann kommt er dazu und sagt Ja der Sinn Der Sinn Da kommt das Wesen schon in den Hintergrund Da wird etwas herausgelöst Und es bleibt der nebulöse Sinn Und dann geht es durch die Kraft Da kommt es schon voll In die Ebene der Kraftentfaltungen Der Energieströme könnte man sagen Wie zeigt es sich Wie äußert es sich Auf der Kraftentfaltungsebene Der kosmischen Energieströme Und dann ganz zum Ende hin Kommt denn Mir hilft der Geist Da hilft der Geist also noch einmal Auf einmal sehe ich Rat und schreibe Getrost Im Anfang war die Tat Und da Stehen wir heute Da ist die Tatebene Da ist das große Know-how Wir gucken kurz Wie ist was Und dann greifen wir zu Und das ist die Verwechslungsebene Oder nicht mehr Sehenebene Von Holz und Klavier Oder Flügel oder Bratscher Oder Geige Nur noch Brennwert Das ist die Brennwert-Ebene Im Anfang war die Tat Also steht uns alles zur Verfügung Die materielle Nutzungsebene Ist das Was uns hier auf dieser Erde Am meisten angeht Was uns die vorrangigste Offenbarung zeigt Und das ergreifen wir nun Und lösen uns endlich So wie viele loben Und jubeln endlich los Von der Sphäre des Wortes Ja Und in dieser Geisteshaltung Kommen wir denn darauf Die Materiekräfte Die wir in ihrem Kontext Zum Lebendigen In ihrer Ausströmungsdimension Aus dem Wort Aus dem Weltenwort Gar nicht wahrnehmen Sondern sie separatisieren Sie herauslösen Und nicht mehr In einem lebendigen Strömungsverhältnis Der Wortentfaltungswelt Sehen Dann kommen wir darauf Dass wir sagen Wir nutzen diese Kräfte Wir erfassen Das Was in einem Strömungsverhältnis Gerade aus der Erde Herausstrahlen will Was sich verwandeln will Das erfassen wir Und sehen die Wandlungsenergien Und setzen sie In unseren Atomreaktoren ein Und da ist das Bild Von der Brennholzqualität Des Flügels Des Klaviers Das ist noch ein sehr Zurückhaltendes Bild Und diese Kräfte Die so gewaltig sind Weil sie am Aufbau Der Erde Beteiligt waren Weil sie an der Festigkeitskonfiguration Der Erde Als kosmischem Weltenkörper Beteiligt waren Darum tragen sie auch noch Die Spur Dieser Kräftegewalten In sich Die greifen wir nun auf Und setzen sie Auch in Atomraketen Ein Ja Und Wie wirken Im Falle des Falles Diese Atombomben Mehrfach Sprengköpfe Von denen jeder Einzelne Schon die zigfache Sprengkraft Von Hiroshima hat Das kennen wir Wir sind Drauf und dran Uns So an Vergangenheitskräfte Dieses Kosmos Anzuschmieden Anzuketten Dass wir Bedroht sind Unsere Zukunft Zu verlieren Unsere Zukunftsfähigkeit Und wenn Man sich nur Dem Gedanken Annähern Kann Dass der Der hier beim Faust hinterm Ofen Liegt Und sich später Als Mephistopheles In den Raum Stellt Dass Damit Hohe Geisteskräfte Verbunden sind Die So im Kosmos Wirksam sind Dass sie In einem Bild Dem Menschen Auf seinem Evolutiven Weg Und der Evolutive Weg Ist auch mit einer Geistesentwicklung Verbunden Auf diesem Evolutiven Weg Sagen wir Zehn Kilo Blei In goldenes Geschenkpapier Verpackt Und Ihm ans Knie Heftet Dann Ist Eine solche Verhaftung Ein solches Verunmöglichen Von Zukunft Mit Sicherheit In der Nutzung Der atomaren Kräfte In der jetzigen Gestalt Verbunden Sowohl Zivil Als auch Militärisch Wenn wir Augen haben Ganz einfach Zu sehen Und vielleicht Auf ganz einfache Gestik Zu schauen Wie In welcher Gestalt In welcher Ausdrucksebene Tritt uns Was Entgegen Dann müssen wir Sehen Dass die Atomenergien Mit einem Sehr Tiefen Todes Moment Verbunden Sind Das sind Todes Energien Und sie Werden Den Menschen Tiefer Ergreifen Als Andere Energien Das Atomfeuer Ist ein Anderes Feuer Als alles Feuer Das auf der Welt war Bisher Das Atom Licht Ist ein Anderes Licht Es ist Das Schwarz Licht Das Schmerzest Mögliche Licht Die Umpolung Von allem Lebendigen Und Vor Dieser Entscheidungsdimension Stehen Wir Mit Den Atomkräften In Unserer Zeit Und Wir Sollten Uns Ganz Elementar Auf die Socken Machen Die Dinge Zu Unterscheiden Unterscheiden Zu Lernen Wie Gesagt Zwischen Einem Stapel Brennholz Und Einem Klavier Der Kosmos Ist Musikalisch Und Nicht Maschinell Und Militärisch In unserem Sinne Der Weltunterwerfungsstrategien Ist er Mit Sicherheit Auch Nicht Von daher Sind auch Durchaus Resonanzen Möglich Die Uns Noch Sehr Zu Schaffen Machen Könnten Aber Wir Stehen An einer Bewusstwerdung Schwelle Und Schwellen Sind nach Beiden Seiten Überschreitbar Hinunterrutschend Oder Hinauf Entwickelnd Überschreitbar In Neue Welterfassungen Und Neue Bezugsebenen Und Vor allen Dingen Neue Bezugsebenen Der Menschen Untereinander Und Der Menschen Und Der Mit Welt Durch Das Verhältnis Zu Generalien Wir Leben In einer Lebenswelt Der Komplexität Und Der Komplementarität Und Wir Stehen Als Menschen An Entscheidender Stelle Der Hinab Verwandlung Oder Der Hinauf Verwandlung Und Die Hinauf Verwandlung Ja Steht Gerade Auch Im Zeichen Der Himmelfahrt Das Himmelfahrtsfest Sollte Eigentlich Das Große Fest Der Neupotenzierung Der Gesamten Welt In Die Hinaufverwandlung Gefeiert Werden Und Im Großen Und Ganzen Könnte Man Sagen Jeder Mensch Kennt Das Wort Der Herausforderung Vielleicht Ist Es An Der Zeit In Diesen Zeiten Und Tagen Sprach Schöpferisch Tätig Zu Werden Und Dem Großen Feld Der Menschlichen Herausforderung Noch Das Wort Von Der Herauf Forderung Hinzu zu Fügen Mit Diesem Gedanken Möchte Ich Diesen Kleinen Ausflug Durch Die Zeit Verhältnisse Beenden Bedanke Mich Fürs Zuhören Und Die Aufmerksamkeit D Han D D D D D D D D